Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Gott, mach noch einen kleinen C dran. Assistent, wieso? Gott, für die Möbel. Assistent, für die Möbel. Gott, mach einfach, wird lustig. Gestern war ich afrikanisch essen. Oh, hört sich geil an, was gab's denn? Nix. Erst rochst sie nach feiner Seife, dann rochst sie nach seiner Pfeife. Wisst ihr, warum Frauen insgesamt vier Lippen haben? Zwei zum Scheiße labern und zwei zum Wiedergutmachen. Ich wurde gestern auf dem Weihnachtsmarkt mit heißen Glühwein getauft, auf dem Namen, oh fuck sorry. Egal wie viel du meckerst, Paul McCartney. Mein Opa ist an meiner schlechten Englischnote im Abi schuld. Hätte er sich 1945 etwas mehr angeschränkt, hätte es das Fach nie gegeben. Rückblickend würde ich heute vieles anders machen, zum Beispiel im Kindergarten den Kleiderhaken mit der Ente wählen. Tastatuli versehneli auf schützerdeutschli umgestellti. Hilfi? Ich trinke meinen Kaffee so schwarz wie die Hand, die ihn gepflückt hat und so stark wie der Werther dahinter ihm stand. Nach 25 erfolglosen Bewerbungsgesprächen zweifle ich wirklich an meiner Glücksjogginghose. Ich traue Joggern nicht, die finden immer Leichen. Willst du auch mal oben liegen? Ist deine erste Vergewaltigung, oder? Habt ihr gewusst, dass die Oberfläche von Autos ab 100 kmh giftig wird? Es sterben nämlich alle, die damit in Berührung kommen. Liebe Mama, vielen Dank für die Pfeile im Kuchen. Ich habe nun die tollsten Fingernägel im ganzen Knast. Gerade meiner Katze zugesehen, wie sie 15 Minuten in die Waschmaschine gestarrt hat. Bescheuert, womit Katzen so ihre Zeit verbringen. Bei Schleichwerbung ist es wichtig, das Produkt unauffällig in den Seitenbacher Müsli, Bergsteigermüsli von Seitenbacher, zu stellen. Suche Hohlraum. Biete Hohlraum Dübel. Mir würde es gefallen, eins der schmutzigen Dinge zu sein, die du dieses Wochenende in deinen Körper lässt. Wenn jemand am Oktoberfest kein Bier mehr kriegt, ist er dann maßlos enttäuscht? Wollte mit meiner Freundin Schluss machen, weil sie zu dominant ist. Sie hat Nein gesagt. Guck mal, ich kann durch Null teilen. Also Moses, von dir hätte ich mehr erwartet. Pro 7 Likes auf dieses Video höre ich einen Tag lang mit Schleichwerbung auf. Du findest sicher nichts, was mich gleichzeitig glücklich und traurig macht. Du hast von allen deinen Freunden den größten Penis. An alle, die bei meiner Party gestern die Vollkornkekse so gemocht haben und das Rezept wollten. Die gibt's im 10kg Sack bei Fressnapf. Bist du mir böse? Schreibt. 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 Offline. Online. Schreibt. Nein. Wenn man den ganzen Abend regungslos in der Badewanne verbringt und sich fragt, ob man im früheren Leben vielleicht ein Teebeutel war. Bei Gefallen, Daumen hoch und Video teilen. Links kommt ihr nun zu meinem Kanal-Trailer und darunter könnt ihr direkt abonnieren, um nichts dazu verpassen. Lustige Witze gibt es nicht nur jeden Freitag auf YouTube, sondern jetzt täglich auf meiner Facebook-Seite Masterjam. Bis nächste Woche.